Musik Ach, da habe ich eigentlich keine große Meinung zu. Ich bin da sehr offen, sage ich mal. Die Islamreligion ist eine Religion wie jede andere auch. Ja, ich glaube, vielleicht wird es auch teilweise hier in der westlichen Welt einfach nur so kundgetan, dass das negativ ist. Weil es gibt ja auch negative Kommentare über Christen, über Juden, über Buddhisten, also auch über andere Religionen. Deswegen glaube ich nicht, dass es sehr, sehr viel mehr Kommentare über Islamisten bzw. über den Islam gibt. Ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die letzten Terroraktionen häufig von dem Islam ausgehen. Ja, es ist häufig so, dass man mittlerweile denkt, es könnten Muslime sein. Aber man sieht ja auch, dass es auch deutsche...